Soll ich irgendwas besonderes machen? Du fandest ja mal im Renn-Töltner-Lang-Töten. Sonst noch böse? Vielleicht ein Rasen? Vielleicht mal einen kleinen Karten? Oder was? Hör mal, Flamenca! Hör mal, Flamenca! Das wird ja so richtig zur Gewohnheit bei dir. Sie hat eine richtig schöne Bewegung. Oh, sie ist auf der Arm. Oh, das ist so sehr. Hör mal, Hör mal, Hör mal. Hör mal, Hör mal. Sie hat das. Oh mein Gott. Hör mal.